Meine lieben Freunde der großartigen Kunst, ich melde mich hier aus New York, aus dem Huckenheim Museum. Ja, ich wollte da schon immer mal reingucken. Nachdem nun die Österreicher ihr Halloween gefeiert haben, hier in Amerika sagt man Halloween, haben sie hier durchaus sehr spannende Dinge zu sehen, die meine Hand beinahe verdeckt haben. In diesem Sinne, hier schaue ich rein, wünsche ich euch einen schönen Sonntag und sorry, dass übrigens in dieser und in der nächsten Woche ausfällt, aber ich komme dann wieder zurück mit übrigens. Ja, tschüss. Übrigens, Only4MeFans können sich hier auch gerne für meinen Newsletter anmelden und dann bekommt ihr hin und wieder, keine Nacktbilder zu sehen, aber dafür ein paar lustige Neuigkeiten rund um mich und mein Leben.